Einen ganzen Himmelskörper zu erschaffen, das ist mit Photoshop gar kein Problem. Sie benötigen nur eine passende Steintextur. Diese Textur sollte mindestens 1500 x 1500 Pixel groß sein und eine Struktur zeigen, die entfernt an Kontinente, Wolken und Meere erinnert. Die Oberfläche müssen Sie zunächst neutraler gestalten, d.h. harte Schatten und allzu deutliche Flecken sollten Sie abschwächen. Über STRG und J könnten Sie z.B. die Hintergrundebene kopieren, um dann über Bild, Korrekturen, Tiefenlichter aufzurufen. Weitere Optionen einblenden sollte da beaktiviert sein. Spielen Sie dann mit den Werten unter Tiefen und Lichter, und zwar so, dass allzu tiefe Schatten und die Highlights etwas ausgeglichen werden. Bei meiner Textur ist das in etwa der Fall. Kopieren Sie auch diese Ebene über STRG und J. Gehen Sie dann im Menü auf Bearbeiten, Transformieren, um 180 Grad drehen. Reduzieren Sie die Deckkraft auf 50%. Drücken Sie STRG und E zum Reduzieren. Damit haben Sie eine schön neutrale Textur erschaffen. Gehen Sie im Menü auf Bearbeiten und dann auf Muster festlegen. Geben Sie diesem Muster einen passenden Namen und bestätigen Sie damit OK. In einem weiteren Dokument wird nun, auf Basis dieses Musters, eine Planetengrundlage erschaffen. Dieses Dokument hat die Maße 2000 x 2000 Pixel und wie man sieht, einen schwarzen Hintergrund. Darüber erstellen Sie nun eine neue Ebene. Wählen dann mit der Auswahl-Ellipse und gedrückter Umschalttaste einen perfekten Kreis aus. Gehen Sie im Menü auf Bearbeiten, Fläche füllen. Geben Sie unter Verwenden bitte Muster an und wählen Sie hier bei eigenes Muster das soeben erstellte Muster aus. Nutzen Sie den Filter, Verzerrungsfilter, Wölben mit Stärke 100% und Modus Normal, um diesen Planeten etwas zu formen. In einem weiteren Dokument mit den Maßen 1200 x 1200 Pixel und schwarzer Hintergrundfarbe wird nun ein weiterer Kreis mit der Auswahl-Ellipse und gedrückter Umschalttaste aufgezogen. Erstellen Sie eine neue Ebene, die Sie vielleicht Planet nennen. Ändern Sie dann die Vordergrundfarbe ab und zwar auf 336677. Über Alt und die Rückschritttaste füllen Sie die Selektion mit der Vordergrundfarbe. Erstellen Sie eine neue Ebene, drücken Sie D auf der Tastatur für die Standardfarben Schwarz und Weiß und wieder Alt und die Rückschritttaste. Damit haben wir die Selektion mit Schwarz gefüllt. Aktivieren Sie nun über Ebene den Ebenenstil Schatten nach innen. Und zwar mit der Füllmethode negativ multiplizieren, Deckkraft 100%, Abstand 50% und Größe 150%. Auch die Farbe wird hier noch geändert und zwar auf 66BBFF. Damit haben Sie einen blauen Schein produziert. Aktivieren Sie über Ebene den Ebenenstil Schein nach außen. Und zwar mit Füllmethode normal, Deckkraft 100% und hier bei der Größe sagen Sie bitte 45%. Sie können bei den Ebenenstilen natürlich gerne mit allen Werten und Regeln experimentieren. Die Farbe könnten Sie zum Beispiel hier umstellen und zwar auf 22AAEE. Sie könnten dann noch einen Ebenenstil Schein nach innen hinzuschalten. Und auch hier möchte ich die Farbe abändern und zwar auf 99DDFF. Die Deckkraft stellen Sie bitte auf 40% ein und die Größe hier unten auf 40 Pixel. Das könnte uns als Ergebnis schon reichen. Sie könnten es aber auch noch etwas optimieren. Stellen Sie bitte die Füllmethode der Ebene von normal auf negativ multiplizieren um. Erstellen Sie bitte eine neue Ebene und füllen Sie dann die Auswahl mit schwarz. STRG und D hebt die Auswahl dann auf. Nutzen Sie den Filter, Weichzeichnungsfilter, Gauscher Weichzeichner mit einem Radius von um die 50 Pixel. Mit dem Verschiebenwerkzeug, das Sie zum Beispiel über den Buchstaben V erreichen können, verschieben Sie nun den Schatten nach unten rechts. Das könnten Sie zum Beispiel über die Tastatur und den Pfeiltasten erledigen. Hier oberhalb der Planetenebene wird nun die zuvor erstellte Planetengrundlage eingefügt. In dem entsprechenden Dokument sagen Sie STRG und C zum Kopieren und hier dann STRG und V zum Einfügen. Mit gedrückter Alt-Taste wird dann hier diese Trennlinie dieser beiden Ebenen angeklickt, um eine Schnittmaske zu aktivieren. Erstellen Sie eine neue Ebene, die Sie vielleicht Wasser nennen. Auch diese Ebene erhält eine Schnittmaske. Füllen Sie dann die Fläche mit blauer Farbe und spendieren Sie der Ebene eine Maske. Nutzen Sie den Filter, Renderfilter, Wolken. Klicken Sie die Maske mit der rechten Maustaste an, um dann Ebenenmaske anwenden auszuwählen. Die Ebene erhält ein zweites Mal eine Maske und es wird auch ein zweites Mal der Filter Wolken angewendet. Stellen Sie dann die Füllmethode von normal auf dunklere Farbe um. Damit wurden die Mähre betont. Mit gedrückter Umschalttaste werden nun hier diese Ebenen ausgewählt und über STRG und E auf eine Ebene reduziert. Gehen Sie im Menü auf Bild, Korrekturen und dann Gradationskurven und wählen Sie hier unter den Vorgaben bitte den starken Kontrast aus. Auch könnten Sie über Bild, Korrekturen, Farbton, Sättigung die Farben noch etwas anpassen und vielleicht verstärken. In einem weiteren Dokument könnten Sie diesen Planeten auch als einen Mond einfügen. Drücken Sie dazu hier STRG und A zum Auswählen, STRG und C zum Kopieren und hier dann STRG und V zum Einfügen. Über STRG und T wird dieser Planet dann auf 25% verkleinert. Die Füllmethode stellen Sie jetzt von normal auf negativ multiplizieren um. Die Hintergrundebene wird aktiviert. Dann möchte ich hier die Vordergrundfarbe etwas abändern und zwar auf 113366. Auch die Hintergrundfarbe wird geändert und zwar auf 4477AA. Aktivieren Sie das Verlaufswerkzeug und stellen Sie in der Optionsleiste einen Verlauf von der Vordergrund- zur Hintergrundfarbe ein sowie linearer Verlauf. Ziehen Sie dann den Verlauf mit gedrückter Umschalttaste von oben nach unten auf. So haben wir einen schönen geraden Verlauf erhalten. Aktivieren Sie die Ebene mit dem Mond. Drücken Sie Umschalt, STRG und U zum Entsättigen und schärfen Sie den Ebeneninhalt über Filter, Scharfzeichnungsfilter und Scharf maskieren. Vielleicht mit einer Stärke von 380% bei einem Radius von 0,2 Pixeln. Nach Bearbeiten, Transformieren, Horizontal spiegeln drücken Sie STRG und J zum Kopieren. Drücken Sie STRG und T für das Freitransformieren und geben Sie hier bei der Breite einfach ein Minuszeichen an. Verkleinern Sie dann die Höhe wie die Breite auf 20%. Über die Enter-Taste bestätigen Sie dann Ihre Wahl. Diese beiden Monde möchte ich jetzt noch etwas positionieren. Erstellen Sie eine neue Ebene und füllen Sie die Fläche mit schwarzer Farbe. Stellen Sie die Füllmethode auf Negativ multiplizieren um und gehen Sie dann im Menü auf Filter, Renderfilter, Blendenflecke. Hier sollte die Objektivart auf 105 mm stehen. Dann positionieren Sie den Blendenfleck. Auf einer eigenen Ebene könnten Sie jetzt noch einige Wolken einfügen. Und zwar mit dem Pinsel und weißer Vordergrundfarbe. Es gibt da unzählige passende Werkzeugspitzen im Netz zu entdecken. Ich habe mir schon einige heruntergeladen und möchte jetzt versuchen, hier noch einige Wolken einzufügen. So könnten Sie Pinselspitze für Pinselspitze hier noch für etwas Wolken sorgen. Wie Sie sehen, wähle ich hier einige dieser Wolken nach und nach aus, um sie hier hinzumalen, damit hier eine stimmige Wolkenschicht entsteht. Für Steuerung und T könnten Sie diese auch noch etwas anpassen. Das hier wäre nun meine Grundlage für weitere Schritte. Wie Sie sehen, in Photoshop braucht es nicht viel, um ganze Welten zu gestalten. Erschaffen Sie Ihren Planeten ganz nach eigenem Geschmack. Das hier wäre nun bei mir. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.